manchmal träum ich davon ich wäre ein erdbeer bonbon und genau deswegen spiele ich das spiel hier einfach weil ich mich freue wie ein honigkuchen pferd ist überhaupt zu besitzen und spielen zu können hier kommt noch eine kiste die wir nicht öffnen können weil wir erstmal die gegner hier zerlegen müssen ist aber nicht das problem hört jetzt einfach mal ganz kurz gemacht ist ja keine lange angelegenheit hier es dauert nicht wirklich so fast so lightning macht jetzt den letzten schlag drauf dann können wir uns schon auf den nächsten konzentrieren ja wir müssen auf jeden fall zu snow laufen weil die sehr sehr doll verletzt sind weil der dumme komische spacko knurps der meinung war ein attentat auf snow durchzuführen mann 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 so mehr speichern wir hier erst einmal ab dankeschön so gucken was wir hier noch haben nichts außer einem komischen hässlichen das können die mir nicht antun kristarium ausrüstung erst mal kristarium jetzt haben manipulator gehe ich diesmal ist dann ein bisschen blöd dass ich das alles so leicht durcheinander level was haben wir hier gemacht gar keine ahnung steht nicht vielleicht habe ich arm ist schade dann gucken wir mal bei ihr schnell auf heilung dass wir da noch irgendwie was aufgebaut bekommen ok haben wir schon alles voll oder was bei ihr hier heilung tatsache bei brecher haben wir noch nicht alles voll aber genau verheerer verheerer ist weit wichtiger gerade klingenlänze achso die kann nur eine ausrüstung tragen sternen anhänger was macht denn der erhöhte resistenzen gegen gift gift haben wir gar nicht mehr so eisenreif blitzring blitzresistenz physische resistenzen na jetzt doch mal ein schwarzgurt nicht schlecht physischer schaden minus 5 ich glaube ich schau mal wie gut man wie gut der schwarzgurt ist weil dann modifiziere ich den mal eben kurz ähm also ding 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 wo haben wir ihn denn da ist der schwarzgurt von lightning ähm 480 das sollte man eigentlich hinkriegen 15 teufelschwinge duftöl das könnten wir verkaufen booster haben wir jetzt auch schon wieder 3 könnten wir verkaufen supra leiter nicht dafür oh das ist eine ganz schwierige angelegenheit muss ich sagen das heißt ich müsste erstmal einkaufen um das aufzuwerten also lasse ich das jetzt erstmal äh gut dann freuen wir uns mal auf den kampf gegen bahamas behemoth wie auch immer wir gehen natürlich erstmal auf den steigern aber das wäre ja mehr als krank wenn ich jetzt das erst auf den kampf gegen muskier so lebenswahl einmal kurz na komm haben wir noch mal schnell extermination nein was mach ich hier ich muss nicht weit schnell bitte ach nein was geht denn jetzt hier ab was hab ich hier gerade falsch gemacht ich wollte doch extermination ich wollte doch dass der psychon zuerst drauf geht und dann so etwas hier haben wir durch die nieder weil der psychon lebt ja immer noch wow und das war's nee noch nicht so jetzt aber jetzt muss noch so muss psychon mal langsam drauf gehen ach man das ist doch wohl zum kotzen ich will diesen psychon spasti angreifen da greift er einfach diesen drecks barmuth an ja ist klar wieder auf ihr sollt auf diesen das war doch nicht schon wieder stunden durch mich hier verteidigt habe bis wir überhaupt in der lage sind irgendwie schaden auszuteilen und der geht ich wusste es doch gleich wieder diesen dummen sparmut hier angestellt ja geht doch na komm und weiter geht drauf da bitte gemäßungsweit so ich mach hier mal ein bisschen ich versuch hier mal ein bisschen schneller durchzuziehen ja das war getimed das war gut und gleich wieder diese dreckige attacke hier ja jetzt greift darauf wenigstens an ich habe doch zumindest nur 50% der lebenspunkte na komm da mal bitte selbst heilen dankeschön so komm drauf da drauf da drauf da komm schnell drauf nochmal wieder auf genesen und gleich müssen wir kurz einmal Pause machen oh jetzt hat das wieso ist jetzt schon wieder diese scheiß Serienbalken total unten oh wie schwul ist das denn bitte ja jetzt heil doch wenigstens oh man ey echt mal gib mir ja so richtig wir machen hier ne Pause tschüss